Halihallo Hallöle, willkommen zurück bei Conan Exiles Und ja, kleine Unterbrechung Ähm, ich müsste mal trinken, ich bin halb Ja, ich bin auch halb, ja Wo bist denn du? Hier, hinter dir Ah Mit dir, die dumme Frau mit dem Schwert hinter dir Ja, stimmt denn wohl Dumm auf jeden Fall Was? Bindefaser, Nachtschreckphase. Ja, blut interessant. Aber das Alter dafür... So, da steht schon mal eins, zwei Leute stehen da. Der eine kommt, der andere steht da noch wie angewurzelt. Das andere sieht aus wie eine Urschmier. Da, da. So. Take it all. Na komm. Komm. Oh, sorry. Ich glaube, jetzt habe ich dich getroffen, oder? Ja, hast du. Wo müssen die alle hin? Hä? Jetzt kann ich... Wo müssen die hingeflogen? Kann ich wieder nicht rauszoomen. Ah, da. Ich habe schon wieder den bekannten Bug. Aber ich gehe jetzt erstmal irgendwie trinken. Mhm. Wenn das geht, und dann locke ich eben aus und wieder ein. Ach so. Den Bug hast du, oder? Ja. So, ich bin voll. Kann Escape machen? Ich kann so viel machen, wie ich will. Ich kann gerade auch nicht trinken. Escape und Einstellung geht auch nicht bei dir. Und dann wieder... Nee, ich kann nur schwimmen. Ich kann noch nicht mal... Hm. Kann noch nicht mal trinken. Weil das ja, wenn du, wenn du, äh, ein Schwert wegtust? Ähm. Einfach die Angst. So, jetzt. Nee. Ne? Ja, dann lock mal aus eben, und dann lade ich dich eben halt nur ein. Ach, ich liebe es. Der bekannte Fehler. Und ich weiß nicht mal warum. Äh. Nein. Was denn? Kon wird aktualisiert. Kon, echt? Mhm. Echt? Ja, 33 Sekunden, nein, 30 Sekunden. Oh. 29 Sekunden, also was Kleines. Das heißt, äh, ich muss ja auch, äh, aktualisieren, dann kommst du nicht mehr auf den Server, ne? Ja. Naja. Ah, wie ist denn ich das aufstehe? Und ich muss direkt, äh, agieren, wenn ich muss, Antoinet und so noch weiter abbrechen, dann. Naja, klar. Äh, jajaja, nicht viel mehr. Entschuldigung. Aber es ist nicht viel, das sind nur 85, was. Ja, ich gehe aber trotzdem erstmal in die Butze. Oha. Ich gehe trotzdem eben in die Butze aus Sicherheitsgründen. Ja, ja, ich starte dann ja da. Ich kann ja schon was Spiels starten. Genau. Genau. Und, äh, für euch eine kleine Werbeunterbrechung. Werbeunterbrechung? Nein, kleine Unterbrechung. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Bis gleich. Bis gleich. Mahlzeit und willkommen zurück. So, wir haben gerade mal einen Conan-Exil geupdatet. Ja. Södle. Äh, wie sieht es bei dir jetzt mit dem Trinken aus? Ähm, warte, muss ich jetzt gleich mal eben gucken. Ähm, ja, ähm, wir müssten. So, dann gehen wir mal eben. Ich, äh, gehe eben durch. Ich speichere nochmal eben hier. Also. So. Spawnpunkt. Da hätten wir die Schildkröten einfach lassen sollen. Dann hätten wir hier noch, äh, Eier. Immer. Ich hab doch auch eine Schildkröten. Unser großer Baum ist ja auch weg. Ja, der, den fand ich so cool. Ja, der hatte was, ne? Schau mal. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht wieder, weil dann, äh, haben wir ein Problem mit unserem Häuschen. Das sehen wir dann. Das haben wir dann, ja. Da sind natürlich wieder... Freunde. Jetzt fang ich an, gelb zu werden. Ja, ja. Ich muss, wir müssen leider mal eben... Jetzt kommen wir auch noch beide. Ja, ja. Nässe an, ah, 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 ah. alter oder war jetzt knapp du war jetzt aber auch guter was nicht schon mal so schön ich komme hinter dir her er tut immer so schnell vorsichtig wie du triffst ich wollte nur den kleinen baum ja ich wollte deswegen gehe ich mal rein und raus rein und raus also irgendwie ist der hotfix aber noch nicht so ganz hotfix ja gut aber ja es ist bei mir wurde nämlich gerade noch mein schwert als voll angezeigt will ich habe eine fettraube die ganze essen und war scheinbar nämlich im back dass ich vergiftet war muss das nicht auf jeden fall wurde mir gerade mein schwert noch voll angezeigt und auf einmal zack ist kaputt gegangen ja also early aces early aces ist es noch eine alpha dafür ist aber trotzdem schon ja auf jeden fall auf jeden fall sehr schön spielbar es ist auch nicht so extrem nackt ich hab ein piepen auf dem ohr das ist gerade scheiße das ist komisch ich brauche jetzt mal eben steine um mal eben mein schwert wieder zu reparieren ich sammle aber auch ein bisschen umgekehrt ich hoffe das passt nicht gleich ob ich noch holz und so bei habe vielleicht kann ich ja schon mal so mein schwertchen ist wieder voll sonst kann es mal wenn das schon wieder ja ich habe auch wenn ich nicht mehr so voll beladen wenn ich wenn ja ich habe ja auch ordentlich ein paar wieder daran dass die oben waren doch die uhr wie ich ja das kann sein ja aber da hinten das macht echt spaß also mir macht das echt mega spaß ja es ist auch noch ein spiel was sehr viel potenzial hat ja auf alle fälle hallo kleiner mann ich brauche mich aber da passt nur noch ein schlag dass die kaputt geht ja ich habe mich auf stärke ist gilt für nachkommen da habe ich noch nicht ich kann ja noch nicht so viel wenn noch nicht gelästet man sagen mann 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 ob stärker erhöht aber auch die tragkraft nah Prozent nie das macht Prozent ich weiß gar nicht mehr wie es ist jetzt haben mich wieder dabei wenn du mit dem hausdauer bleibt ich brauche schon mal ein paar Regierer wieder ein, ne? Ja, ja, mach das. Ich steh voll auf das Bauen hier, das macht mir echt voll frei. Fable Bauer? Bauer sucht Frau, ha ha ha! Oh, oh, oh. Nicht? Nee, lass mal. Geh nicht auf. Du scheiße. Kuh, ah, 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 das ist, was? Ach, du bist so blöd. Das ist ja. Gut, wirklich auf Kuhlschweiße, steh ich ja nett. War extra zwei Türen, damit wir uns nicht immer affen. Ja, das kriegst du ja nicht hin. Läuft dann eh wieder genau da, wo ich raus will. Ich kenn' doch. Ich kenn' dir doch. Aber es macht mir echt Spaß zu bauen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Weil, weil... Nicht so dieses... So, Steine mit da rein hier, zack, zack, zack. So, und eine Tür machen wir da. Dann essen wir da rein, hier, zack. Warum hab ich ein Baumrinde? Guck'n die jetzt hier. Die hast du, wenn du mit einer Spitzhacke einen Baum... Achso, das war dann keine Absicht. Oh, schon wieder falsch rumgelöst. Naja, egal. Was? Ganz so beschissen. Der Zufloch ist natürlich noch nicht voll, weil... ...wann man nicht alles tut. Nö, eben. Das ist echt cool. Und die Treppe wollte ich auch ein bisschen erweitern und wollte vielleicht daneben nochmal so 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 Ruhe, weißt du? Dinger hier so so, ähm... Ah, wie heißen die? Dann warst du direkt daneben. Damit das so ein bisschen episch auszutauen. Und hast du jetzt falsch rumgebracht? Ach, hier, die. Ja, ja. Toll. Super. Aber die Türen nicht. Oder? Doch, auch. Auch. Ah, deswegen haben die sich wahrscheinlich falsch rumgedreht. Ähm, wo? Aber ist nicht schlimm. Sagt sie. Ja, komm, sieht doch nice aus, oder? Naja, wenn man richtig rum wäre, ja. Ich will mich nur ärgern. Wie sieht denn das aus? Krummes Ding, ne? Rum und schief. Nö, Arschkrampe manchmal. Bitte was? Arschkrampe. Was? Das habe ich ja jetzt mal wohl überhört, hoffe ich. Und ein paar Steine für... Warte, 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 warte. Brauche ich noch alles für Treppen. Oh. So. Und die herstellt. Achso, 50 Steine und 5 Holz. Okay. Steine und Holz habe ich wieder reingelegt gehabt. Oh ja, das ist gut. Dann brauche ich... Weil ich wollte jetzt was, damit das symmetrisch ist, brauche ich noch 2 Treppen. Symmetrisch. Symmetrisch. Ich dachte, das heißt Symmetrisch. 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 Habe ich gesagt. Symmetrisch, habe ich gesagt, Schatz. Hm, 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 hm. Symmetrisch. Symmetrisch. Symmetrie. Man soll nicht berechnen, äh, sehen kann und berechnen kann. Wichtig. So, zack, zack, zack. Ich glaube, dass die sich eigentlich nicht verbinden, da fehlt mir so ein bisschen, dass ich die Treppen so verbinden muss. Ja, 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 ja. Ich weiß, was du meinst. Äh. Aua. Das ist mir direkt meine... Das ist so durchgängig von aus. Steinspitzhacke direkt wieder flitzen gegangen. Ja, ja. Kannst du ja ins Entwicklungs-, äh, ins Forum schreiben. Dann bitte mach das Symmetrisch. Äh, 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 ähm, mach das. Dass es sich verbindet. Ja. Aber man kann trotzdem da hochgehen. Das ist voll lustig, ist voll die Lücke, aber man kann es trotzdem hochgehen. Ja, aber ich habe jetzt nichts gefunden, weißt du, was du so steil wie Treppen hochbauen könntest. Ja. Was vielleicht sich ein bisschen besser zusammenfügt, was wie so ein Fundament oder so. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber es geht für den Anfang. Ist ja auch noch nicht, oder? Wir sind ja noch nicht, äh, ich denke mal, du kannst das nachher auch irgendwann mit dem passenden Werkzeug abbauen, aber. Äh, bis wir so weit sind, muss man halt damit leben. Ja. Es wird ja nicht die einzigste Bleibe bleiben. Ich will nicht. Und da habe ich mir, dein Spitzhacken nicht verbunden. Was? Bin planlos. Ich habe eine Spitzhacken, äh, Haki, im Inventor. Achso. Ähm, die ich nicht nutze. Ich weiß nur nicht warum. Das weiß ich nicht. Vielleicht die, die mir mal abhandengekommen sind. Das kann natürlich sein. So, ich muss jetzt steingedönst schnell loswerden. Ich mag voll bauen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde bauen cool. Okay. Ich glaube, da könnte ich mich das ganze Spiel mit aufhalten. Wie sieht dein Essen aus? Was denn? Wie sieht dein Essen aus, weil ich, äh, zum Beispiel sehr große Hunger habe. Dann solltest du schnell was essen. Ich habe nichts mehr. In der Gedöns ist was drinne. In unserer Kiste? In unserer Kiste? Ja. Aber alles andere ist Spoiler halt, leider. Das ist echt doof. Ja. Äh. Was essen? Das reicht. Hast du die Türen hinter mir zu rüber? Ja, aus Versehen. Ich habe E gedrückt anstatt, äh, I für in Winter. Ja, warte vorbei, Dicke. Muss man eben, äh, essen. Ja. Durch Gerbe. Schmeiß mal das Spoiler-Gedöns. Das spoilert echt voll schnell, ne? Auf alle Fälle. Meine Fackel anmachen. War es so sehen. Ich mach auch nochmal mal. Ach ja, ich wollte Fundamente erstellen. Gehe ich noch zwei Stück hin. Oder drei, was weiß ich, dann mach ich das so wie so einen Weg oder so. Ich lass mir da was einfallen. Weil ich hab gesagt, diesmal soll das was Vernünftiges werden. Halbwegs. Jetzt hab ich herausgefunden, wie man baut. Dann möchte ich jetzt auch mal bitte... Ja, ich kann das nur... Jetzt so. Das halt wenigstens, wie so ein, was wird wie so ein Palast aus, wenn man so hoch geht. Vielleicht kann man ja irgendwann Zäune bauen. Ja, ganz bestimmt. Die Fackel leuchtet echt nicht weit, ne? Nee. Ich glaube, bist du aufgeschmissen. Ich hab deswegen auch das Feuer am Lager... Äh, das Lagerfeuerbelang gemacht. Ja, er ist kurz vorm Vieh wahrscheinlich und dann... Huch, scheiße! Ungefähr, ich suche nämlich gerade Steine auch da. Sonst hab ich die Melodien etwas leiser gedreht, weil ich... Sonst hab ich dich nicht verstanden. Ach so. Ja, vielleicht hätte ich mich auch ein paar lauter drüben müssen. Naja, das geht aber so schlecht, weil da müsste zu laut, da müsste was steuert. Ach so. Ähm. Ja. Weil du ziehst ihn. Oh, sorry. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Also ich sag dir, du siehst das echt sehr schlecht mittlerweile. Oh. Sehr schade. Hässliches Konstrukt. Erste Konstrukt. Aua! Frecksau! Frecksau! Ich muss nicht sprechen, heute. Prolisa. Fachprobleme. Könnte da dran liegen, dass ich heute echt... Ja. Sehr, sehr, sehr viel... Hm? Es ist sehr viel mit den Kindern gemacht. Ah nein, ich mach ja nichts mit meinen Kindern. Böse. Hast du gerade ein Viech gezogen oder sowas? Ah ne, war ich. Ne, du ziehst mich gerade. Oh, Mann. Oh, ich komm jetzt... Meine Fackel ist kaputt und ich seh nix und du ziehst mich. Das ist sehr toll. Ja, ich komm gerade wieder zurück. Oh, gut. Oh, nee, komm ich gar nicht. Das ist die falsche Richtung. Hups. Oh, was? Ja, super. Und wenn ich weiter zieh, zieh ich gleich. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Gibt's aber mal ein Fackel. Ich weiß gerade nicht mehr, wo ich hin muss. Bist du mich nicht, aber ich seh dich auch nicht. Hast du denn was, wo du dich hinstellen kannst, wo du ein bisschen Zuflucht hast? Ah, jetzt seh ich wieder, wo ich hin muss. Alles klar. Jetzt seh ich dich nämlich. Ich bin fast hinter dir. Seh dich mit deiner Fackel. Ach da. Hoi. Ich muss nur dringend noch was essen. Und zwar ganz dringend. Ups. Flup. Irgendwelche Viecher, das nervt voll. Oh, voll gaga. Da wirst du echt bekloppt von. Ja, ach so. Hast du alles Essen mitgenommen? Äh, weggefuttert? Mhm. Da ist nämlich nix mehr in unserer Kiste. Ein bisschen hab ich noch. Aber ich hab jetzt nicht alles. Ja, aus der Kiste ist alles weg. Warte mal, komm mal her. Nee, ich hab gerade mir selber ein neues gemacht. Kriegst davon auch nix mehr ab. Ja, ich war fast tot, ne? Ist mir egal. So, das ist dir immer egal. Ja, natürlich. Vigumane. Nix. Ich geh hier auch ein bisschen weiter, weil ich möchte gerne nachher, ich zum, 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 zum. Das ist so ein bisschen, zwei, drei Häuser nebeneinander bauen. So, quasi. Und oben möchte ich dann zweiten Stock und, äh, ach ich kann meine Fackel so wegstecken. Ja, kannst du eigentlich machen. So, what wollte ich, ähm, wie sieht dein Trinken aus? Ja, so. 64 von 100. Äh, ich hab, glaub ich, ein bisschen weniger. Ja, wir können gerne was trinken gehen. Äh doch, 74, ich hab 74. Wir können aber gerne was trinken gehen, also unbedingt. Ja, das wär ganz praktikabel. Mhm. Warte, ich komm, wo bist du denn? Hier. Achso. Hier. Also wir müssen nachher doch wohl auch Krokodoks und sowas, ähm, töten. Ja, ja. Weil die geben dickes Leder. So, hier sieht jetzt eigentlich safe aus. Moment, zumindest. Ja, das wird nicht zerstört, dann eben direkt hier. Hier schon mal durchtrinken, ja? Jupp, mach das. Ich war nicht mehr so viel. Und ich hatte weniger als du. So. Trinkt. Nicht nur nicht. Ich überlege gerade, ob ich mal am versuchen soll, noch ein Krokodil zu töten oder nicht. Gerade. Na allein, was ein Level. Was? Seht ich nicht. Du bist so weiter weg als ich. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir, das ist vor mir. Achso, da. Ich glaube, ich versuch mal, ein Krokodil zu töten. Ich bin in Bewegung dran. Wird es gesaved, ne? Ähm, ja. Gut. Aber denk dran. Wir müssen dann... Hier war doch irgendwo eins, mal. Ich muss nur tun. Ja, und so Nils, äh, Maas und sowas. Oder, ähm, ganz bestimmte Wildtiere müssen dann töten, damit du dickes Leder kriegst. Naja. Die Statuen sehen schon geil aus, ne? Ja. Aber es sind andere Götter. Auch hier diese Säulen und so. Also, was ist das? Achso, ne, das sind hier die... So. Schildi's. Schildi! 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 Danke. Was denn? Das ist dann, danke. Oh, ich hab... Mit dem Schwert hab ich einen Stein. Ja. Achso, Apofo, Stein und Schwert. Mal präparieren. Moment. Ja. Ja, das soll ich nicht noch mal. Wo sind... Wo sind... Hier war doch mal Krokodile, wo sind die Fleisch? Wo sind die Krokodile, wo sind die Fleisch? Wo sind die Krokodile? Da war ein Hase. Ich hab' ich voller Schein. Wenn man die sucht, findet man die nicht. Was kann man dann abbauen? Hier hat die Pflanzenfaser. Pflanzenfaser. So. Wo bist du? Ja. Das ist nämlich ein Lager mit zwei. Mhm. Mannis. Also Frau, Mann. Und beide kommen. Und ich glaub' die sehen diesmal gar nicht mal so schlecht aus. Oho, die machen gut Schaden. Oho, die machen gut Schaden. Aber ich auch. Vorsicht. Der ist leer. Aber die hat Steine da dabei. Das ist gut. So, direkt reparieren. Schwert und so. Mannis ist fast voll. Haben die hier irgendwas? Ah ne. Nur die Betten schweben. Äh. Was Feuer. So, irgendwas hat uns. Ja, bestimmt was viel da. Ne, es kommt noch weiter. Ne, Koko. Ah, Koko. Ja, ist tot. Ist aber nix drin. Äh, hallo? Wo sind wir da hin? Achso, hast du schon. Ich hab' vier dicke Haut. Ah, das ist gut. Und Steaks. Das ist gut. Oho. 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 So. So. Eigentlich sind wir gar nicht mal so schlecht. Das ist nur halt immer ein bisschen schwer. Zu zweit auf ein Vieh, weil man trifft sich, glaube ich, automatisch gegenseitig, wenn sich das Vieh bewegt. Und du musst dich ja auch zwischendurch bewegen. Eben. Also, nicht mit Absicht, ehrlich. Ich bin mir ganz, ganz liebe. Nein, natürlich. Du schläfst. Mag eigentlich gar nicht. Ohne Flachs, das ist jetzt kein Spaß, mag ich wirklich nicht. Was magst du nicht? Leute verletzen, ich spiele auch ungern PvP. Ist klar. Ja, lass kämpfen, lass kämpfen. Ich mach die platt. Nein. Du, kack Bluf. Ja, ja. Außer bei WoW. Ja, sag ich ja. Ich bin gerne gegen dich. Mit meiner Schamanen, weißt du noch? Die war gut. Ich bin aber auch gut geskillt. Ich würde gerne mal drüben mich hinbrauchen. Ich finde das neue Skill-System ein bisschen doof. Gar nicht gesagt bei WoW. Ich schlangeweilig. Früher konzentriert die ein bisschen variieren. Also, was ist Reiner Teng, da was nicht Reiner? Ohne sind einige Tiere. Krokodoks. Krokodoks. Oh, der hat mich schon im Visier. Die anderen greifen dich ja nicht an. Das andere sind Wildtiere. Ja, ist tot, ist tot. Okay, dann nimm du diesmal. So, ich muss auch... Jetzt muss ich mich aber ein bisschen mal ausruhen. Ja, ich musste dringend mein Schwert reparieren. So, jetzt hab ich keine Steine mehr. Ich muss mal ein bisschen Steine kloppen mir. Meine Gesundheit ist halb. Ja. Oh, ich hab Eisenstein. Das ist gut. Eisen hab ich bei uns schon. Und fünf dicke Haut hab ich. Das ist gut, weil... Können wir nachher... Und zwei Steaks. Sachen mitmachen. Und 20 normale Tierhaut. Können wir die auch abbauen? Nee, kann man nicht. Ich würde aber gerne das Vieh hier. Aber dafür bräuchte es ja wahrscheinlich. Das Vieh? So, das kannst du so. Das ist... Der Wind, Tierhaut und Steaks. Boah, fünf Steaks, Knochen. Sechs Steaks. Aber die sind gut zum Fleisch zu erfahren. Ja, ja. Was hier wird in der Nähe? Was Böses? Nee, sieht nicht so aus. So. Deine, glaube ich, auch noch mit dem Schwert ab. Das ist sehr realistisch. Ja, manchmal. Ja, gut, das ist auch ein Steinschwert. Sehr unrealistisch. Ja, gut, das ist schon auch. Oh, ich bin in Stufe aufgestiegen. Ja, geil. Ja, Glückwunsch. Warte mal, darf ich mal eben skillen? Ja, ja, skill mal. Ach, was gehe ich dann? Drei Punkte. Belastung, überleben, Sehvermögen, Präsidation. Da musst du mit der Maus drüber... Dann stärke habe ich zwei. Siehst du auch, wofür was ist. Ich stärke bestimmt den Schaden, den du im Nahkampf verursachst. Habe ich zwei, dann mache ich jetzt drei. Vitalität bestimmt... Die maximale Gesundheit, Beweglichkeit und die Befeilung der Verwertungsloserwüstungen. Sehvermögen bestimmt deine maximale Ausdauerbelastung. Wie viel du tragen kannst? Ja, bitte. Zwei. Überleben stimmt deine Fähigkeit unter harten Bedingungen zu überleben aus. Zudem wirkt sich der Wert darauf aus, wie gut du Nahrung verwertest. Okay. Dann nehme ich mal zwei. Mhm. Überleben. So. Wir können gerne jetzt weiter. Ich bin wieder voller Gesundheit. Okay. Äh, stopp, stopp, stopp. Wert reparieren. Achso, ja. Das kann ich auch direkt machen. Repair. Repair. So. Hier kommen ganz viele Viecher. Ja, ja. Das ist ein Krokodok. Krokodok hat uns. Das Krokodok hat uns. Das ziehen wir jetzt erstmal nach hinten. Genau. So. Aua. Vorsichtig, wenn es dich beißt. Äh. Ich glaube, du bist tot. Kann das sein? Ne? Ne, bin ich nicht. Aber du bist gut geflogen. Oh, ich hab den gefunden, wie ich den Bug wegkriege. Wie denn? Mit V. Achso, das... Das hätt ich ja vorher sagen können. Das war sowas ja heute meins. Ja, aber bei mir hat sich das automatisch umgestellt, ohne dass ich was gedrückt hab. Sind sie hier? Ja. Entschuldigung, wo ist denn die Attacke? Kloppt drauf. Ugh. Das rennt weg. Ah, ich hab nicht schnell genug geklickt. Äh, gehauert und zugeschlagen hab. Ja, ich glaub, das kriegen wir nicht mehr. Na komm, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich würd sagen, wir gehen jetzt mal wieder zurück. Ja, wegen dem Fleisch und zwar gammelt es uns. Das füllt es uns gleich. Ähm, sollten wir vielleicht mal was trinken? Ich bin noch blau. Ne, ich noch nicht. Nicht mehr. Jetzt wieder. Ich bin nur noch blau gewesen. Aber es soll mal. Nein. onto. Entschuldigung.